Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Karte in Thüringen. Wir werden gleich mal den Kurs berechnen und zwar ist es auf der Seite, wo man den Kurs beginnt. Da kann man auch den Kurs Generierung vornehmen. Dann nehmen wir vielleicht 60, halb waren, wir gehen in den Kurs, wir rechnen das, dauern mal ein bisschen, er ist nun fertig, gehen raus. So, jetzt haben wir einen Kurs fertig, den tue ich noch speichern. Da kann man ja auch noch einen F, 30. Aber ich habe noch einen F, 30. Oh, der Kurs ist voll krass. Der Kurs ist voll krass. So, jetzt haben wir es immer fertig, jetzt gehen wir noch einen Kurs dazu, und zwar über Führung anhängen. Fertig. Normalerweise müsste er jetzt klagen. Wenn er jetzt zum Hof fahren würde, würde es auch recht sein. Hauptsache, dann fährt er es mal. Schauen wir mal, ob alles passt. So, dass der Quatsch ist. Jetzt sagen wir mal die Quatsche, dann blöd ist er voll. Wir wollen ja gleich den ersten Weg kommen. Jetzt sagen wir mal eben. Und er bleibt da. So. Darf es auch klappen. Das könnte am Fahrzeug liegen. Das ist nicht meine. So. Aber ich muss so beginnen. Kann auch nicht so schwer sein. So. 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 Lass ihn mal fahren. Das könnte an Bord liegen. Wenn er jetzt nicht die Arbeit macht wie er soll, dann würde ich den immer auf der Seite stellen und für ein anderes Fahrzeug anbieten. Den Hänger mit dem Koppelkämpfer. Borden verärgern. Die Karte aufmachen. Aufladen. Auf dem Kölz ist nachher Soja. Habt aber noch teilweise angefangen mit Naps. Wenn man da ja Zeitfruchtsorten beginnen möchte. Das ist ganz wichtig. Ich bin sehr gespannt. Ob diese Lagerballen über 50.000 ergeben bei der DGH anrechnen werden. Aber jetzt lösen sich alle auf. Ich weiß nicht genau. Ich müsste eigentlich nur einen Tag im Test machen. Ob man die 50.000 reinkippt. Nieder. Plus einmal. Und dann nur einen Tag damit bereit rechnen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr schnell. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. und da ist er schauen wir mal ob ich den auch ansprechend habe, aber ich sieht so aus, ne so, da bringt nix stellen wir mal weiter machen wir leer jetzt gehen wir auf einen guten traktor und den nicht, den auch nicht nehmen wir den fahren wir gleich zurück zum ruf verkaufen uns ein anderes gerät dann werden wir sehen ob das funktioniert ich hatte vor ein paar Tagen auch probiert mit dem Kompetentum das gab es einen kräftigen Abplatz da oben ist es aber so da läuft zwar aber da arbeitet niemand das wird schlecht das heißt wir werden das erfüllt einen normalen Anhänger kaufen und dann werden wir das probieren und dann werden wir das probieren und dann werden wir das probieren und dann noch meinen normalen Traktor zum kling ich möchte gleich Pflege bleiben das ist nicht das darf ich nicht vergessen losquill und zwar ohne gegen der riss den kott macht hier Probleme man düngert normalerweise nicht schwer ich hoffe es ist nicht zu laut der russ ist nicht so weit der russ und andere Schavetten zum Fusssehen Das ist nicht so, dass die Fluss nicht vollkommen sind. Das ist nicht so, dass die Fluss nicht heftig ist. Nein. mit dem hänger da von vorne stehen mit dem finalen traktor ab jetzt werden wir abhängen sammeln zu peddler mit dem traktor umristen und dann werden wir entsprechend neue neue versuche alles glück Ich werde doch mal gelaschen verkriegen hier Ich weiß nicht mal, ne? Ich bin zu Recht, ciao links Ups, Straße achten Zu ärgerlich, ob wir es ein Anheger kaufen müssen Was nicht geplant war Aber gut Man sollte ein Mod erst mieten normalerweise, ist ja besser So Ob kein Auto gekommen ist Pickel sehe ich rein So Ich hab schon Brille vergessen Morgen war mir Donnerstag Das heißt Bearbeiten Die letzten vier Folgen Und dann Der Blicker knackt sogar Und jetzt Klack, klack Blick aus So Anikon Das heißt Zuerst Umrüsten Pflegebeweifung Das muss man nochmal so versuchen Diesen Taktor Ja Normalerweise Man kann man verkaufen Die Stelle zum Bearbeiten Nicht schlecht Schleicht Ich glaub das hätten Was soll Ich weiß nicht Ich bin noch nicht Okay Ja Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht ist die stelle arbeiten kann kann man keine gesehen vielleicht hier kann man hier kann man Kaufen zur Not. Das ist eine ganz spannende Frage. Verwärts. Konfigurieren. Nucca. Breitreifen. Standard. das ist schlecht das ist ein genau teuer ich wollte mir eigentlich nicht verschulden das ist quatsch hier vorkommen könne so pflege bereifung motorausführung die beste brauche nicht dann brauchen wir noch gerät zur umkoppelkämpfer landschutz 12 km h 6 tausendieder der kuhn ist mit dem beleg ab in weniger das wäre auch eine option der hat 24 aber den großen felder muss schon was großes haben großen tank teils ich kenne auch geld so das ist ja auch nichts da mal auf geht eh vor alleine aus so jetzt haben wir ein neues fahrzeug und ein neues gewicht ja klar das gewicht kann ich hören wenn der voll geladen ist so oft fahren wir den händler nicht hin dürfte reichen traktor nehmen wir hohes gewicht so jetzt haben wir hier ein neues fahrzeug lassen wir wollen die vollamtschaft das soll schon mal gewesen sein fahren wir dann schnell in den seit man schüttet den gewinke sagt bis denn nicht schau wir hier hier Vielen Dank.